Er schreibt schon. Hahaha. XTXDXD. Oh sorry. Ah ja. Ah, ah wohl geht sich aus. Ah, wann ist Open Randspot? Ja, Shot und Water. Ich weiß nicht ob erste Runde Echo so smart ist. Ja, chillig. Ich fahr jetzt ohne mua. Chillig. Wuch ich kein Leben. Äh. Oh, hab ich. Vorne. Der ist aber nicht der vom Water gesehen. Haben wir jetzt die Ente hineingekommen? Oh, der ist ganz hinten. Die bleibt. Die können wir holen die Runde, die können wir holen. Oh, die ist gut. Wir haben einen instanten Schock. Ich glaube, wir machen die Waffe. Headshots, weil ich... Jetzt ist er Water, oder? Nein? Was? Nein. Nein. Der andere ist, glaube ich, er ist Water da unten. Nein, nein, er ist... Er ist Water da unten, ja. Warte, ich komme zum Monster. Er ist Shot, nein. Ja. Er hat ein Scout gehabt. Er hat ein Scout gehabt. Er hat ein Scout gehabt und ich die pure Verzweiflung. Ja, genau, du Mio. Ich muss kurz zurück. Ich habe 14 HP und... Ich habe eine AK leer geschossen. Nice. Der ist da rechts. Water. Wow, die MP9 ist echt Dreck. Da ist die Dreck-Tippe. Hm. Der ist ja auch nicht wieder zu Mock. Nice. Ja, der ist hinter dem Pfosten. Der will sie jetzt meine AK haben. Oder? Oh nein. Sehst du noch einmal was über meinen Burn? Ja, jetzt hat er einmal geklappt, aber auch noch, weil er noch 3 HP gehabt hat wahrscheinlich. Ja, ich habe ihm 95 gehe. Das zählt. Ich kann selber raten, warum er gestorben ist. Ja, Nadis, da war der Matz-Kr-Kr-Kr-Matz-Matz-Poffett. Ja, das gibt's dir nicht Nadis. Ich würde mal sagen, Meister Brandschna... Brandschaden kann ich mir schon mal ans Revier hängen. Dashwater. Boah, jetzt bin ich warm hier. Da wird einem Malz gestohlen. Road to Global. Bulöfeli wirkt langsam hier, ich glaube. Das Bulöfeli. Das Aiming Bulöfeli. Ja, jetzt habe ich warme Hände. Nicht Waldo. Wow, AWP. Ein Fennle. Was war der Sound? Hat der gerade gereloadet? Oh, der pusht, der pusht mit einer Shock Gun. Hilf! Maria, hilf! Ich mache jetzt, was ich will. Ist okay, bist du ready? Ich mache jetzt was willst. Ich hole mir den. Ich sehe gerade gar nichts. Er ist hinter mir in der Smoke. Ah, fuck. Ah, dann wollte ich ihn jetzt noch holen. Austrickselt. Wir haben aber auch noch ein paar Kills gebraucht. War erst bei drei. Oh wei. Da wird schon in Hieroglyphen einig geflamt. Wie gern hätte ich jetzt Tschetschenisch oder Aserbaidschanisch oder Russisch oder was weiß man das ist. Oh, der ist ein Antigler Rino. Oh, der andere ist schon wieder hinten. Nein, er ist wieder links. Er hat jetzt Stiegel geholt. Ah, der andere nicht. Ah. Nein, Glock. Dummer Hund, du. Ja, der war der Glock. Ah, 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 ah. Er hat einen Diggel. Jetzt. Jetzt hat der Bock. Jetzt. Jetzt fließt er zuerst wieder ned. Ja, ja. Kutscher. Ah. Scheiße. Ah, ich hab ihm noch einen Helik, ja. Er plantet jetzt. Doch ned hat? Nein. Er hat die Tose geschehen. Ah, 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 ah. Er rennt aber wieder zurück in den ohne Lucky Spray. Oh, oh god. Oh, geil. Da schon. Meister Brandschaden, 102 und 153. Ja, ho. Sehr eng. Applaus, Applaus. Halt es, dass du hast, sind ein paar Assists. Nein. Nein! Ah! Es hat es gemacht, aber kein Uprank. Ja, ich wollte gerade zeigen, wo ist Uprank. Ja.